Poetrified ist für mich ein musikalischer Rückzugsort. Musik und Gedichtsvertonungen, die ich geschrieben habe, um mich selbst zu beruhigen, in eine etwas merkwürdige Zeit. Ich hoffe, dass diese Musik auch anderen Kraft und Ruhe geben kann. Vor fünf Jahren fing ich an, mich mit Mascha Kaleko-Gedichten zu beschäftigen. Ihre Lyrik ist super klar und einfach, ohne dabei kitschig oder platt zu wirken, und das hat mich total fasziniert. Manchmal las ich ihre Gedichte laut und sang dabei die Worte und so kam einfach die Idee auf, Gedichtsvertonungen daraus zu machen. Musik und Gedichtsvertonungen, die mich trafen, sie ließen meine Segel weg. Nach meinem Studium in New York wurde 2018 der Raum Köln zu meinem neuen Zuhause. Die anderen sind das bunte Meer, du aber bist Hafen. In Köln fühle ich mich super wohl und habe dort auch gleich mein neues Quartett gegründet. Und im Juli 2019 hatte ich die Chance, unterstützt durch das individuelle Künstlerstipendium NRW nach New York zu gehen und dort nochmal inspiriert zu komponieren und Gedichte auszuwählen. Zurück in Deutschland konnte ich im September direkt mit meinem Kölner Quartett die Gedichte aufnehmen und ausprobieren. Wir waren im Tonstudio im Loft mit dem super tollen Tonmeister Christian Heck. Christian hat auch unsere CD gemixt und gemastert. Eines der Gedichte, die ich vertont habe, ist das Rilke-Gedicht Du musst das Leben nicht verstehen. Und das ist auch eines meiner Lieblingsgedichte von Rilke, weil das einfach eigentlich sagt, dass man das Leben so nehmen soll wie ein Kind. Im Weitergehen von jedem Wehen sich neue Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinnes, löst sie leis aus seinen Haaren, da sie so gern gefangen waren. Und gerade in unserer Gesellschaft, die alles plant und rationalisiert, finde ich das eine sehr starke und immer noch hochaktuelle Botschaft. Und wünschte mir, dass ich das könnte. Ich bin total froh mit der Band, wie sie jetzt ist und mit den Leuten, mit den Musikern, die dabei sind. Willi ist der Pianist bei uns und er spielt einfach wundervoll. Wir kennen uns schon länger. Wir haben in New York zusammen studiert an der Manhattan School of Music und dann auch nochmal zusammengearbeitet in der Academy Band auf dem Montreux Jazz Festival. Ja, und da hat er mir erzählt, dass er nach Köln kommt, um dort beim WDR einzusteigen, bei der WDR Big Band. Und ja, dann kam einfach schnell die Idee auf, dass er ja auch bei uns im Quartett mitspielt. Und ich bin sehr froh darüber, weil er einfach wunderbar spielt und so ein toller Musiker ist und toller Mensch. Deswegen freue ich mich sehr. Jeroen ist der Schlagzeuger in der Band und er ist einfach ein super dynamischer Drummer. Und ich finde es total super, wie er spielt. Er kann sowohl groben als auch irgendwie offen spielen und eben sehr dynamisch spielen. Und das gefällt mir sehr gut. Wir sind verheiratet und spielen schon ziemlich lange in verschiedenen Projekten zusammen. Und Jeroen ist eigentlich von Anfang an dabei gewesen in meiner Band, in meinen verschiedenen Konstellationen und kennt meine Musik und ist auch sehr involviert in der Musik. Und das ist ja echt toll, wenn man sich mit jemandem musikalisch so blind versteht, sozusagen. Niko ist der Bassist bei uns und er engagiert sich sehr stark in den Arrangements und beschäftigt sich viel mit der Musik, was ich total toll finde. Und groovt gut und hat einen tollen Sound. Jeroen und Nico haben schon in verschiedenen Projekten zusammen gespielt, was auch super ist, weil es da einfach auch schon eine gute Connection gibt. Und ich bin sehr froh mit dieser Grundbesetzung, mit diesem Quartett. Der weiche Gang, geschmeidig starke Schritte Ein anderes Rilkegedicht, was ich vertont habe, ist das wahrscheinlich bekannteste Rilkegedicht, Der Panther. Und als ich das geschrieben habe, war es so ein richtig regnerischer Tag. Und ich habe nach so einer sehr bedrückenden Stimmung gesucht. Und hatte auch irgendwie die Idee, dass das Stück noch jemanden gebrauchen kann, der eben uns als Quartett noch unterstützt. Und da fiel mir relativ schnell die Trompete oder das Flügelhorn ein als Sound. Und dann habe ich Heidi Bayer angerufen und Heidi hat gesagt, ich mache mit. Und das war total geil, weil das schon sehr spontan war und es einfach wirklich beeindruckend ist, wenn jemand ins Studio kommt und sich auf den Song setzt und dann so schön improvisiert. Und diesen unfassbaren Sound, den sie hat, auch irgendwie da raushaut, das war schon extrem nice. Musik 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 Es gibt auch noch mehr Special Guests auf der CD, neben Heidi, die in zwei Songs mitgespielt hat, sind dabei noch der Stefan Karlschmidt und die Julia Kriegsmann. Ja, ich komme irgendwie immer wieder dazu, dass ich doch mehr Gäste dabei habe, als ich eigentlich ursprünglich vorhatte. Ich hatte ursprünglich vor, einfach nur ein Quartett und alles zu reduzieren und so weiter. Aber dann habe ich doch vor der Aufnahme plötzlich immer Bock, noch mehr Leute dabei zu haben und andere Sounds und andere Farben irgendwie. Und ja, so kommt es dann immer wieder zu einer größeren Besetzung. Und Stefan war bereit, da mitzumachen, was so sehr, sehr cool ist. Musik Und wir kennen uns aus Berlin. Und wir kennen uns aus Berlin. Wir haben zusammen im Full-by-Jazz-Ensemble gespielt und daher wusste ich, wie er spielt und konnte mir das total gut vorstellen. Und er hatte Bock und ja, hat einfach mega Solo über die Emily Dickinson-Gedichtsvertronung hingelebt. Sehr cool. Julia Kriegsmann hat bei Du musst das Leben nicht verstehen mitgemacht und Flöte gespielt. Sie ist Saxophonistin, Altsaxophonistin und Flötistin. Und hat einen wunderschönen Sound und hat so ein rhythmisches Pattern am Anfang hingelegt und ja, ist einfach richtig schön, richtig cool geworden. Meine Musik klingt sehr akustisch, würde ich sagen, sehr wie eine Mischung aus melodischem Pop und Jazz. Jazz hat eigentlich viele Singer-Songwriter-Elemente, also der Text ist mir immer sehr wichtig. Und natürlich bei Gedichten ist es irgendwie auch schwer, den Text unwichtig zu nehmen. Es ist sehr stark orientiert an dem lyrischen Aspekt der Musik und des Textes, würde ich sagen. Seine Hände Introspektiv, manchmal melancholisch, manchmal groovy, also hat ganz viele Aspekte. Aber hat eigentlich immer sehr melodische Themen und eben Freiheit in der Improvisation. In der Hand zu beherr Mountschirm sind die Stimmen und mit dem Spielraum einiges. Also hat es unser Liefer zu haben, kostet eine Summe, die Stimmen und die Stimmen und die Stimmen. Aber das ist das nicht so, war damals ganz viele Aufmerksamkeit und Planning. Na toda die Stadt war in der Hand, sind die Stimmen und die Stimmen. Ich möchte und ich mich sehr gerne gerne�ben. Und die Stimmen hier realidad sind. Ja, das ist die Welt. Untertitelung des ZDF, 2020